Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Ghost Warrior. Für deren Anreicherung zu waffenfähigem Uran nur ein Bruchteil der Energie und Technologie wie bei normalem Uran-235 benötigt wird. Delta-3 hat den Auftrag, einen feindlichen Militärlaster zu stehlen, um damit in die streng bewachte Minenanlage einzudringen. Razer-6-4 wird das Team als Scharfschütze unterstützen. Was ist das Lächeln? Razer-6-4, ihr Mather-2, kommen! Mit einer riesen Kletteraktion aus. Razer-6-4 liegt direkt über Ihnen. Passen Sie auf, wo Sie Händen drehen. Hopp. Oh, das war auch schon ein ganz schöner Wurf ey. Naja, dem Baumstamm hier vertrauen ey. Yo, wie weit der noch gerade fliegt ne. Das klingt jetzt sehr schnell. Rentschalldämpfer. Okay, das ist der Lächeln. Der Turm ist in Sicht. Ich rücke vor. Roger, Rentschalldämpfer. Melden Sie sich sobald Sie in Position sind. Bin in Position. Verstanden, Razer-6-4. Schaffen Sie Platz für Delta-3. Machen Sie ihn den Weg frei. Bestätigt, Mather-2. Ich lege los. Wie schön Sie bei uns zu haben, Razer-6-4. Wir weisen Ihnen Ihre Ziele zu. Halten Sie die Augen offen. Ist mir ein Vergnügen. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Wahrscheinlich die beiden. Ich bin keinem Gegner bei diesem Jeep. Eliminieren Sie sie. Erledigt. Rücken vor. Das rote Gebäude ist in Ihr Geschoss. Schießen Sie, sobald Sie bereit sind. Noch zwei hinter dem Truck. Tocken wir mal für ein wenig Ablenkung bei uns am Rückzug. Gute Arbeit. Schnell. Eliminieren Sie sie. Gute Arbeit. Wir haben den Laster. Decken Sie unseren Rückzug. Yo. Hey, da kommen wir hier aufs Dach. Eine Straßensperre. Schalten Sie sie aus. Wir könnten hier Hilfe brauchen. Razer-6. Auf dem Dach. Feuer, eröffnen. Auf dem Dach. Hilf-Uhr. Feuer. Ja. West. Neutralisieren Sie die Gegner. Und machen wir uns den Weg frei. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ach da. Helfen Sie uns. Das ohne Atem anhalten, ey. Auf der Straße. Schalten Sie sie aus. Oh. Wir können weiter. Wechseln Sie die Position, um uns Deckung zu geben. Wechseln Sie die Position. Yo, ich bin doch dabei. Du. Äh. Fehler? Yo. Okay. Okay. Noch eine Straßensperre. Schalten Sie sie aus. Stehen unter Beschuss. Brauchen Unterstützung. Wechseln Sie die Position. Los. Schalten Sie die Typen mit dem Rakiesenwerfer raus. Bevor Sie uns einäschern. Ja, hab ich doch. Schömerhart. Weiter und feindliche Einheiten bei dem Gebäude. Feuer öffnen. Ach, bei dem Gebäude. Wechseln Sie Ihre Position. Wiederhole, Position wechseln. Ja, ja, ja. Wechseln Sie die Position. Wir stehen unter schwerem Beschuss und brauchen Unterstützung. Schalten Sie die Typen mit den Raketenwerfern aus. Bevor sie uns einäschern. Nehmen Sie eine neue Position ein. Schnell. Wir werden angegriffen. Helfen Sie uns. Kommt da sicher gleich noch wer, oder? Stehen unter Beschuss. Wiederhole. Stehen unter Beschuss. Hilfe. Da stehen nur noch zwei Gegner. Wir werden angegriffen. Helfen Sie uns. Noch eine Straßensperre. Schalten Sie sie aus. Wir können weiter. Wechseln Sie die Position, um uns Deckung zu geben. Das sind mal viele Kills. Wechseln Sie die Position. Hä? Shit. Ein wenig Unterstützung könnte nicht schaden. Äh, ja. Wechseln Sie Ihre Position. Wiederhole. Position wechseln. Schnell. Wechseln Sie die Position. Schnell. Ich mach doch schon. Hervorragende Arbeit. Wir sind fast durch. Legen Sie uns in die Strafe Sprengladungen und schützen Sie sie, sobald wir vorbei sind. Dann haben wir Ruhe. Nummer 1 ist bereit. Fahre mit Nummer 2 vor. Auf den Laster. Wir verschwinden von hier. Yo, auf den Laster, drauf. Schieß. Schieß. Schieß doch. Oh, äh ja, stimmt. Sprengladen. So, läuft doch. Die müssten ja jetzt eigentlich wissen, dass wir die haben. 52 Kills. Nicht schlecht. Wollte ja sagen, komm. 3 Minuten, da können wir noch was dranhängen. Der Schauder. Delta 3 und Razor 6 4 haben den Auftrag, den Abbau von Black 235 in der Anlage zu bestätigen. Außerdem müssen sie die Zivilisten befreien, die dort von den Regimetruppen zur Arbeit gezwungen werden und die Mine zerstören. Während das Angriffsteam das Gebiet in einem gestohlenen feindlichen Laster infiltriert, leistet ihnen Razor 6 4 Unterstützung, indem er die Wachposten außerhalb der Anlage neutralisiert. Es ist soweit, Männer. Wir gehen schnell und präzise vor, damit wir Luft haben und schneller vorrücken können. Wells, sie behalten das Gebiet vor und schwächen die feindlichen Stellungen vor der Basis. Delta 3, wir haben anschließend das Vergnügen, den Rest dieser Arschlöcher da drin auszulöschen. Wir befreien die Zivilisten, identifizieren das Erz und machen diesen Ort dem Erdboden gleich. Scheitern ist keine Option. Die Razor 6 4. Habe mich am ersten gegnerischen Wachposten von Delta 3 getrennt. Wurde noch nicht entdeckt. Rücke zu Overview 7 2 vor. Ich glaube, den Wachposten kann ich einfach umgehen. Den Typen kann ich aber nicht umgehen. Das hat euch verraten. Wir haben gerade Nummer 3 in das Haupttor passiert. Wir haben noch immer nicht die leiseste Ahnung, dass wir hier sind. Okay, hier geht es nicht weiter. Ich habe etwas längst gehört. Und dann ist es. Scheiße, der Blitzer hat mich als erstes gesehen. Leute, ach da gehts nach draußen, sehr schön, vor dem mich gleich nervt. Aber Overview 72 erreicht. Warte auf grünes Licht für die Neutralisierung der Wachtposten. Mother 2, hier Delta 3. Wir haben ein Problem. Der Laster ist in einer verschlossenen Lagerhalle und wir sind noch drin. Wenn wir das Tor von ihnen öffnen, wird uns der Lärm verraten. Wir brauchen Unterstützung. Wiederhole. Brauchen Unterstützung. Over. Bestätigt, Delta 3. Razer 6-4, Sie müssen das Lager infiltrieren. Der Standort von Delta 3 wird auf Ihrem GPS markiert. Schlagen Sie sich zu der Lagerhalle durch und öffnen Sie das Tor. Bestätigt. Bestätigt, Mother 2. Ich mache mich auf den Weg. Au. Jetzt bleiben wir hinter. Aber soeben das Haupttor passiert. Gute Arbeit. Nur weiter so. Das ist ein Schuss umsonst. Das ist ein Medizinschrank. Weiß. Das ist ein Medizinschrank. Okay, ich muss hier keinen. Dann machen wir mal etwas Tempo hier. Sprinten will ich aber nicht. kann mich glaube ich außen vorbeischleichen ich hätte mich unter dem punkt da durchgleichen können ich wette jeden den ich jetzt töte der stört mich später nicht es wird noch wenn wir die da raus holen sicher sehr laut der alarm geht los und dann kommen die leute alle ran je mehr schon tot sind desto besser habe sichtkontakt zum hauptlager halten sie durch delta 3 ich bin fast da das sind glaube ich oh das sind viel zu viele da muss ich jetzt bleiben 1 2 3 4 da oben ist einer da ist oben einer drinne da hinten sind sicher auch noch einige ich glaube da komme ich nicht so schnell durch der war aus der sichtweite für alle immerhin das muss doch jeder gewöhnt haben ey es ist mir wie eine freude sie wiederzusehen also gut Männer dann bereiten wir ihnen mal eine unvergessliche Überraschung es geht los fangiert hallo? korrekt? ich dachte jeden den ich nicht tote der kommt irgendwo an na los bewegung verdammt geben sie uns deckung wiederhole geben sie uns deckung position 90 los du musst dich verarschen man wir wollen ihn vor tierno hijo de perra alter warum klappt das nachladen manchmal nicht verdammt noch mal in deckung mit ihnen oh shit los ausrecken das ist das 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 war's für heute. Alles sauber! Wir rücken vor! Razor 6-4! Geben die Untendeckung! Willst du nicht verarschen? Das ist eine Geisel! Ich bin schon dabei! Jetzt schießen sie! Noch mehr Gegner! Verdammt! Hauen Sie da ab! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Erhöhte Position wins! Alter! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Ja, ich bin schon dabei! Willst du dich verarschen, Mann? Willst du dich verarschen, Mann? Oh scheiße, hier kommt ein Truck. Sie haben grünes Licht, Berta 3. Ich wiederhole, Sie haben grünes Licht, die Anlagen zu zerstören. Wassen Sie sich auf den Weg zum östlichen Rand der Basis. In den Lagern dort müssten Sie Sprengstoff finden. Out. Sie haben sie gehört. Bewegung! Wir sind wahr. Geben Sie uns decken. Oh scheiße. Geben Sie uns decken. Wiederhole. Geben Sie uns decken. Na los! Bewegung! Verdammt! Razor 6-4! Schnell! Geben Sie uns decken. Vorahe! Noch mehr Gegner! Kommen, Razor 6-4! Geben Sie uns decken. Wiederhole. Geben Sie uns decken. redistbest Surely den linken. Geben Sie uns decken. Geben Sie uns decken. Geben Sie uns decken. Geben Sie uns decken. Abkommen interessiert. Geben Sie uns decken. Geben Sie aufnehmen. Geben Sie uns deckenrurierten. Abkommen verlassen. Was ist das? Wir holen! Geben sie uns Deckung! Gehen Sie noch dabei! Jetzt sind wir verarschen, Auto. Achso, Leute, das ist mein Team, ey. Los, los! Bewegung! Los, los! Wir haben den Sprengstoff! Wiederhole! Wir haben den Sprengstoff! Wir bringen die Ladung jetzt an! Razer 6-4! Geben sie uns Deckung! Oh, alles klar. Noch ganz schön lange vorgeschoben, aber ich glaube, das wird so lange sein Letztag, oder? Fäundliche Fahrzeuge nähern sich! Kümmern Sie sich darum! Alles klar. Da kommt noch mehr. Ich schalte sie aus. Wir haben Kontakt! Verdammt noch mal! In Deckung mit Ihnen! Andersen, in Deckung! Andersen, in Deckung! Lade nach! Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung! Sie haben den Bagger erreicht! Schalten Sie sie aus, Razer 6-4! Razer 6-4! Wir haben feindliche Aktivität! In östlicher Richtung! Greifen Sie an! Wiederhole! Greifen Sie an! Scheiße, wir werden angegriffen! Brauchen Unterstützung! Shit! Wir stehen unter Schwerde beschwunden! Brauchen Unterstützung! Wiederhole! Wir brauchen Unterstützung! Echt? Braucht ihr? Habt ihr doch gekriegt, oder? Das waren noch ein paar... Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung! Sie haben den Bagger rein! Schalten Sie sie aus, Razer 6-4! Hab ich schon alles gemacht! Razer 6-4! Jawoll! Wir haben feindliche Aktivität! Cool, Junge, schau nicht zur Explosion, ne? Sie haben es wiederholen! Greifen Sie an! Oh! Bringladungen bereit! Los! Verziehen wir uns! Na los! Bewegung! Die Treppe hoch! Los! Ein bisschen verzögert. Oh, na ja. Vielleicht ein bisschen zu schnell für euch. Aber egal. So, damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, haut da rein und noch viel Spaß mit anderen Videos, die ich gemacht habe.